Die trage ich sogar zu. Beide so groß wie ne Stecknadel. Da kann er besser einfädeln. Er fickt einfach so ne Pinnwand. Das sind groß genug die Löcher. Ich muss wieder so Gurke werden. Ich hab Grafik-Bugs. Hier sind lila Sachen. Was ist denn los? Ist das so vieles? Der Fan-Zone. Chris? Wir haben ja wieder die Grafik-Bugs von Anfang an. Ja. Die haben wir. In der Tat. Die pinken. Ich hab hier keine. Inke, schwarze Karo-Muster. Ich hab keine. Ihr müsst das Game neu starten. Nein, ich hab kein Bock. Ich hab Grafik-Bugs nicht. Schreibt auf die Grafik-Bugs. Schreibt auf die Grafik-Bugs. Setz die Grafik-Bugs hier. Bei euch hat man das Spiel nicht geladen. Aus irgendeinem Grund. Das geht schon. Die Random-Kills reicht's. Ja, hallo Animex. Ich werd dich mal ein bisschen verfolgen. Ich bin dein Dinositter. Oh hey. Wenn ich sterbe, dann war's die Gurke. So. Ähm. Genau. Beschäftigt ihr euch beiden mal. Ich verschwinde mal. So. Mal gucken, ob wir diese Runde hinkriegen. Ohne dass wir rausfliegen. Go, go, go. Balladier, what? Chris ist tot. Ne, das ist, das ist, das ist, äh, Dingens, äh, der Heartbette. Äh, bei mir hängt das Spiel eben gerade. Ne, das ist Chris, warte. Wer ist das? Das war? Also ich glaub hier rum, Leute. Dann war's irgendwer. Wir hatten komisches Skin hier. Irgendwer ist tot. Ähm, ja, ich kann mich irgendwie hier nicht bewegen. Das Bild ist eingefroren. Ja, das ist ja wahr. Das bewegt sich aber bei mir. Und Ballast auf dem Boden. Hier ist so Fan-Zone. Ich töd dich mal, okay? Fan-Zone. Ja, töd mich mal, bitte. Nein, nicht töten. Nicht töten. Nicht töten. Naja, aber was soll ich da machen? Ich kann doch gar nicht agieren. Irgendwie hat sich das Spiel verabschiedet. Scheiß, ich kann doch keine tun nötzen. Warte mal. Na gut, ich töte dich dann, ne? Nein, Chris. Chris ist Traya. Was? Okay, er ist disconnected. Chris ist Traya. Hey, Rayon, wieso? Weil ich getötet das einfach so. Ja, hab ich so. Der ist noch disconnected. Kannst du nicht lesen? Du wolltest ihn aber töten. Aufwunsch. Ja. Kannst du wie die weg gehen? Rayon, wo bist du? Ich bin tot. Ja. Wir sind die einzigen Beine gerade, die leben am Server. Du bist das, weil ich bin Inno. Er wirf ne Granate, ist okay. Rayon, du wirst jetzt sterben. Der Rauch ist grad richtig scheiße, ne? Weißt du was für Traitor-Waffe mich hier mit dem Inventar hab? Genug. Ja. Ich weiß es nämlich nicht, welche Traitor-Waffe mich hier mit dem Inventar hab. Ach, pack das Spiel. Wär nicht das erste... Naja, tu nur so, das wärst du tot. Ich kann keine Türen öffnen. Pony! Hä? Wo ist Chris? Was denn? Wo ist Chris? Der war, glaub ich, da hinten irgendwo. Chris sagt nix, ne? Chris, was ist los? Ist mir egal. Ja, der will das ja uns gegenseitig machen. Dem Pony vertraue ich. Druck mir die Traitor-Waffe. Da hinten ist der. Druck mir die Traitor-Waffe. Druck mir die Traitor-Waffe. Bitte. Pony love. Traitor-Waffe, bitte. Ich töte alle Innozen, die noch leben. Hä? Oh, wie süß! Leere... Leere mir die Macht der dunklen Seite, mein Meister. Lass mich dein Schüler sein. Du suchst ja wahrscheinlich grad ne Traitor-Waffe aus, weil du mich möglichst kreativ töten kannst, ne? Ne? Findest du mir jetzt wegen... Oh, du Scheiß! Anna! Wix, komm! Meine Identität nimmst du an! Meine Identität! Rayon, das war vorher nicht ich. Ich dachte, du wusstest, dass ich Traitor bin. Rayon, das war vorher nicht ich. Dachte, du warst Pony-Liebe. Das war Mondmeier. Wieso hast du geredet? Ja, weil Mondmeier mein, als ich als mich das gart. Ach so. Trotzdem. Aber weißt du, was das blöde ist? Was dich entlarvt hat? Hm? Ähm, also, was Mondmeier entlarvt hat. Der Name Rionity stand schon vorher da. Ja. Ja, ich hab dich auch vorher schon, äh, angefixt. Angef- einfach, einfach, okay. Ne, wir haben wir so hin. Aber ich dachte, du weißt, dass ich... Mate? Soll ich dir was anderes riechen schmeißen? Guck mal. Das war sehr gemein, dass du mich einfach abgeschossen hast. Beim nächsten Mal tötest du dich einfach. Ja, das stimmt. Das fand ich auch nicht gut. Guck mal! Ja! Ja, weißt du? Ich mach extra, ich verkleide mich extra, dass wir ein bisschen Spaß... Ja, ja, ja. Dann hätte ich mir ne Trader Waffe droppen können. Als Prinzess. Ja, ich wollte dir eine droppen, aber dann, äh... Ich hab das Red Bull, ich glaub, ich wollte dir das Red Bull droppen, aber das kann man nicht droppen. Ich weiß, dass... Kann man droppen? Ne, kann man nicht. Nee, soll ich dir zeigen, Chris? Hattest du? Stopp ist aufgesprungen! Wenn ich sterbe, war's an dem Hex. Ja, wenn er steht, dann war ich's. Oh Gott! Ja, ich hab' ich nicht in der Granate. Guck mal. Guck mal. T-Shirt, will jemand ein T-Shirt haben? Oder Getränke? Ich hab' was, Chris! Wenn ich sterbe, übernehme ich auf dich. Hey, Spezi! Wenn ich tot bin, komm her, ich will ein Getränk verkaufen. Was würdest du mir ein paar kaufen? Ein Getränk und T-Shirts. Komm her! Geh' nicht auf. Okay. Ich vertraue dir jetzt einfach. Hallo! Hi. Ich schieße jetzt einfach mal Chris an. Ja, hey. Was möchtest du denn haben? Rayon, ich tüte dich, wenn du mich anschießt. Echt? Ich dachte, du solltest mich, wenn ich jung bringe. Doch! Sagen wir, was wir haben möchten. Das Spawn vielleicht. Okay, dann... Mh... Ein... Schmackig hier. Ich hab' wenn es das einfach gibt, ne? Möcht' du ne Shotgun haben? Ja, das ist dein Metier, ne? Ähm... Nö. Ich kann dich gar nicht heben. Ich kann dich gar nicht heben. Ich kann dich gar nicht heben. Hier. Shotgun. Und ist durch dich durchgeflogen. Das war kein Absicht! Hey! Was passiert? Er hat mich angeschossen. Was ist das? Er hat mich angesch... Okay. Da schieße ich auf Pissoir. Wo soll ich wissen, was dein Pimmel oder so weiter runterhängt? Schlappschwanz. Nein, das war nicht random. Du checkst es auch überhaupt nicht, ey. Was hab ich denn gemacht? Was hattest du für ne Waffe in der Hand? Ich hatte ne Waffe. Nein. Aber ne Traitor oder nicht? Nein, ich war nicht mal im Traitor Shop. Ich hatte ne Waffe in der Hand. Nein, du hattest... Nein. Du hattest irgendwas anderes. Nein. Nein, akzeptiere ich nicht. Das war nicht im Traitor Shop. Wonach sah das aus, was er bei dir in der Hand drückt? Ne Krone Scheiß! Das ist mein Skin! Ach Scheiß, ich glaube, wir sind noch in deinem Scheiß-Skin rum. Was soll das dein Scheiß-Skin? Hey, Spizzi! Hey, Spizzi, hi, wie geht's dir? Alter, du hast auf mich geschossen. Ja, ich darf das. Du hast mein Skin, ja. Wenn irgendwer auf mich schießt. Wollen wir Ponylaufe machen? Warte mal, ich brauche kurz eine andere Waffe. Moment. Was ist mit Ponylaufe? Warte kurz. Gib dir Ponylaufe. Komm mal, wo bist du? Ja, komm her. Mach mal Ponylaufe. Jetzt hat meine Waffe getroppt. Ich füge die Munition. Ich wollte auch eine Waffe drauf, eigentlich. Ja, wo bist du denn? Hinter dir. Ach, da. Warte. WC, ich bring dir was. Ja, ich fick die Munition. Oh, ja, fick die Munition. Hey Leute, ich hab nen Feuerlöscher. Wir haben keinen Feuerlöscher gebrauchen. Ja. Ja, ein Feuerlöscher. Ey, Anni, wir kommen mal. Die Munition. Ja. Warte mal, da trat ich's hier mit. Ey, das ist mein... Ich habe eine M16 in der Hand. Eine M16 hat er in der Hand. Ist das nicht eine M4? Das ist eine M16. Das können sie droppen und euch zeigen. Nein, nein, nein. Er hat sie mal Feuerlöscher gebraucht. Wie dumm kann man sein? Autsch. Aber das, 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 dadurch macht das ich nicht verdächtig. Nimm mal deine Traderwaffe in die Hand. Ja. Welche Traderwaffe? Du hast bestimmt noch ein Bahneres raus. Die, die du natürlich im, ähm, in der Hinterhand hältst. Warte. Wer war das? Wer war das? Das war ich. Ich weiß wer das war. Ja, okay. Passt. Späti, wo bist du? Okay. Is, is, is confirmed. Ja. Das Gute ist, wenn er eine echte Kurba in der Hand hat, dann hat er die in der, in der einen Hand. Die falsche Kurba ist irgendwie in ihm drin. Das ist lustig. Das heißt, wenn eine Kurba in ihm drin ist, tödt die ihn sofort. Späti, bleib stehen. Du stehst unter Generalverdacht. Bleib stehen. Nein, ich stehe nicht unter Verdacht. Das ist das richtig krass, ne? Du stehst unter Verdacht. Bei mir, äh, bei mir stehst du unter Verdacht. Grüß, du machst dich verdächtig gerade. Wieso? Weil ich hier rumstehe. Weil du in der anderen anderen rumrein ist, hast du grad... Was macht du da? Späti schießt rum. Ja, ich schieße gegen die Wand. Grüß, du machst dich verdächtig. Was machst du da, Chris? Sie steht mir im Weg. Ich würde mal. Chris ist verdächtig. Ähm. Späti, werf doch nicht dein Dreck da überall rum. Ich finde Chris gerade voll verdächtig. Ich weiß auch nicht, was das liegt. Äh, Chris? Chris? Peter, auf was schießt du da? Ich hab versucht auf die Waffe zu schießen. Chris? Chris, ist das dein Ernst? Tust du schon wieder so was, wärst du tot? Das ist klar wie vorher wieder runter gesprungen bist. Ohne Scheiß! Ohne Scheiß. Rayon tötet mich vor euren Augen mit dem Bumerang und niemand checkt's. Ich finde deine Leiche nicht. Ich hab die ganze Zeit geguckt, wo deine Leiche ist. Ja, weil meine Leiche verschwunden ist, wie mich der Bumerang getroffen hat. Achso, okay. Ja, ich hab gehört, dass jemand gestorben ist, deswegen hab ich gefragt und er konnte es eigentlich nur sein. Mich hat auch gewonnen, dass er nicht geschossen hat, als ich gefragt hab. Ich habe die Ruge. Die Ruge? Ich auch. Ja, die Ruge. Oh, du auch? Ja, die Ruge. Komm mal her. Ja, die Ruge. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Okay, Rayon. Ich hab den Flex für ihn zerstört. Du mir neid. Wie schon wieder erinnerst du, was ist denn los? War das gerade ein Feuerlöscher, der hier durch die Gegend geflogen ist? Nein, das war Spezi. Wo ist der Feuerlöscher? Der war gar ein Feuerlöscher. Ich schaue den Schritt. Ich hab im Nebel auch eingeregen. Wo ist der hin? Keine Ahnung, der ist irgendwo durch die Gegend geflogen. Wahrscheinlich liegt da unten irgendwo. Ich spring mal runter. Autsch. Chris, ihr habt eine Idee. Ich seh ihn. Ich hab ihn. Hey, wie kann ich denn die scheiß Waffe hier wechseln? Ähm, scrollen oder mit den Tasten? Bitte Nummer-Tasten. Äh, wenn du, äh, solche großen Waffen hast, dann kannst du auch Q drücken. Ja, schmeißt du sie weg. Wenn du sie wegwerfen möchtest. Chris, warum bist du gehört? Weil ich hier runtergesprungen bin. Wenn ich am Feuerlöscher schieße. Warte, halt mal die Luft. Warte. Da. Gut gemacht. Warte. Rayon, wo liegt der da hinten? Nein, mein Feuerlöscher. Mein Feuerlöscher. Alter. Du schießt den Feuerlöscher auf mich, Rayon. Hey. Du hast den Feuerlöscher auf mich geschossen. Ich darf dat. Wer schießt den Feuerlöscher, hä? Ähm. Alter, hätten fast gekillt mit dem scheiß Feuerlöscher. Ja, aber echt böses. Da mach ich 2-AP-Schaden. Nehmt den Spezi noch? Wenn du den richtig bloßt, macht der 100-Nach. Nehmt den der Dino noch? Ja, ich trage hier gerade. Also, ich bin ja gerade mit dem anderen Pony, ne? Alleine. Pony Love. Vorsicht, geh weg, das eine ist ein Disco. Krass. Voll heftig. Was hast du da gerade geworfen? Was ist das für ein Paket? Was für ein Paket? Das ist da, was du da weggeworfen hast. Ja, das Paket. Das ist... Ein Paket. Munition. Tötet Mondmeier. Er hat mich getötet. Das ist keine Munition. Geh weg damit. Munition kann man nicht aufheben mit dem Gläserstick. Nein, halt die Fresse, du bist tot. Da oben ist auch Munition hier. Das ist anders. Tötet Mondmeier, er hat mich getötet. Ja, das darf man, Chris. Hi Animax, wie geht's? Alles gut? Joa. Oh Gott, was machst du denn? Spezi, komm. Mach mal Reelspin. Es langt. Wo ist man hier mal aufhängen? Kunstgalerie und so? Es passt! Was ist denn da unten schon wieder los? Da ist schon wieder Thomas die Lokomotive oder wie dieses... Boah! Alter! Nein! Nein! Nein, Dino! Oh Gott! Ich hab hier second chance geholt und das hat einfach jetzt kein Leben gemacht. Das ist nur eine 30%ige Chance aus dem zweites Leben. Weil du mich gehittet hast und ich hab mich erschrocken. Du hast... Du warst healthy. Ja, ich hab... Das hat mir auch nur 2 HP abgezogen und ich hab mich erschrocken. Und deswegen erschießt du mich gleich. Und zwar mit so viel... Naja... Mit so viel Zeit, dass ich sogar noch sagen kann, hey wieso? Du? Ja, ich mach's am nächsten Mal schneller. Tut mir leid. Ich hab euch schnell und schmerzlos. Mann, ich liebe mein Karma. Aua. Dein Karma, was ist das? Ja guck mal... Dein Karma ist auch... Dein Karma ist auch... Dein Scheiß Karma. Dein Später haben wir 9000. Wer hat sie gerade die Incidary neben mir hochgehen lassen? Ich weiß, ne. Ich weiß nicht. Au, 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 ich krieg Schaden. Ich kann's gewesen sein. Ich hab grad irgendwelche... Er verbrennt. Er verbrennt. Ja, wer war's? Wer war's? Er selbst, glaub ich. Ja, ist okay. Ich hab die da hinten hin geworfen und der hat einen auf mich drauf geworfen. Also Chris ist es auf jeden Fall. Ja, ich hab ne Smoke Grenade hier im Inventar, da. Das ist ne Smoke. Ja, ich hab ne Disco im Inventar. Ja? Freut mich für dich. Stell euch schön an den Rand, das ist ne sehr schlaue Idee. Echt? Wer bleibt er noch? Ich bin noch eroben. So lucky, ey. Wo ist der Feuerlöscher? Wo ist der Feuerlöscher? Da ist der Feuerlöscher. Wollt dich alle auf die Kanz stellen? Alter, wenn du mit der Feuerlöscher die auch nicht schlägst. Dem kann man mich wirklich töten. Er setzt das drauf an. Wo seid'n ihr alle? Da hinten liegt er. Warte. Meins. Meins. Was macht ihr denn? Das ist meins. Das ist meins. 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 Wow, da kommt gerade ein Doma. Scheiße. Mann, ich wollte gerade wechseln. Glaub nicht, dass ich das nicht töte. Wie viele habe ich jetzt mit dem Thomas erwischt? Später hab ich getötet. Später hab ich auch nicht erwischt. Aber ich hab Chris erwischt. Das reicht schon. Ruhe ist jetzt. Später auch noch mal. Meins. Crash schon wieder TTC. Was ist denn los? Ich kriege keine Runde mehr zusammen. Das ist unglaublich. Bin drauf. Weiter geht's. Wir schneiden. Kinder. Wir müssen zocken bis zu sterben. Wo kann ich meinen Skinnen ausschalten? Was ist das Feierlöcher? Oh. Gar nirgends. Ich müsste das Plugin vom Server entfernen. Damit das geht. Ja, ich krieg keine Verbindung zum Server. Wenigstens seh ich das geile Pony. Neu gestartet. Ich krieg keine Verbindung zum Server. Bring schon da oben drauf. Ich bin schon drauf. Ich bin Spectator. Jarret's not responding. Du hattest doch das Problem, dass es nicht ging. Also ich bin drauf. Und Spezic spielt hier fleißig Löcher. Ja ich weiß. Komni bleibt mal stehen. Ich will deinen Hintern kriechen. Aber ich krieg keine Verbindung zum Server. Wo bist du denn? Ich bin Spectator. Ja gut Leute dann beend ich den Stream erstmal beim Hintern. Nein. Guckt auf den Kanal vorbei. Da geht's weiter. Ja. Bei Reals Kanal geht's weiter. Was. 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 hoffentlich haben wir das bis nächste woche gefixt und morgen sollte wieder ein minecraft stream kommen theoretisch niemand wenn du den minecraft server nicht auch kaputt gemacht hast minecraft server im singleplayer alles klar er kriegt auch den singleplayer kaputt halt's maul auf jeden fall tschau leute bis zum nächsten mal cheesy out ja jetzt von der stream aus kommst du bitte wieder rauf ich bin jetzt weiter meine aufnahme moment der europäische einfach das kettchen wo ist genau den gleichen einschlägen wie immer das war ich jetzt aber nicht spezies wundet und wei auch die mir nichts anhaben kann absolut cool was ist cool absolut bleibt stehen das ist kein absicht gewesen jetzt absolut nicht das ist glaube ich vierte oder fünfte generation absolut war das unglücks pokémon ich kenne nur das hier ich bin größer als du nein bist du nicht pikapi passt immer noch da pikap pikap pikachu sitzt wollte klein was auch hinter dir ist jemand bei mir hat schon schuldig das war das ein das gewollt gestalten gut du hast gesagt hinter mir ist jemand dabei war jemand hinter mir wenn ich eine mail auf dich drauf zu sehen will hat es nicht dass ich töten um ja leute ich bin der bewegte nein weil das ist wir machen jetzt weiter guck auf die uhrzeit ja ich hab dort ich krieg trotzdem keine Verbindung im server ja hast du mal deinen dings neu gestalten den titel ja habe ich schon zweimal hast du mal deinen rechner gestalten ja komm du darfst du schon mal deine stromrechner überprüft ja warte doch einfach mal zwei minuten bei mir hat es doch vorhin auch geklappt da konnte auch keine verbindung erstellen man ich war geduldig siehst du mal nein nennen wir noch server is not responding na warte noch mal 20 minuten es gibt doch bestimmt ja nee oder bin ich jetzt weg weil darauf habe ich gerade echt kein bock auf jeden Fall zu wissen die vier also von dem naja dann tschau Leute sollte es irgendwas mit dem server geben ich schreib mir einfach auf telegram vielleicht bin ich noch wach bin ich noch wach wie gespannt was er heute noch vor hat ja reparier den mal der stützt also der macht immer dass er klein abstürzt wir hätten er stürzt es nicht mehr ab wo er nicht mehr da ist das kann natürlich sein dann tschau Leute tschau Chris dann kann man nicht mehr als vier Leute hier auf dem server spielen ne es ist glaube ich auf acht eingestellt oder zehn ne ich meine das halt sonst immer die Client abstürzt wir haben schon mal zu sieben gespielt mit sogar mit zwei Trader und Detective das ist ja cool wann machen wir sowas nicht wenn keiner bock auf uns hat die anderen haben wir weggemobbt oder besser gesagt die haben ein eigenes TTT Projekt und waren mal als Gäste davon du meinst sie gehen lieber zu den Lochis ja wollen wir jetzt weitermachen oder was ist es mit euch ich glaube der Dino ist es der guckt mich so gierig an mhm da könntest du sogar durchaus recht haben ok dann setze ich immer meinen Schnitt und es geht hier weiter ah fuck das war random das war random das war random ja wobei nein du hast gesagt der könnte sogar recht haben damit war klar du bist Trader mhm tja ich hab auch nichts das macht man in Wirklichkeit auch so so ermittel die Polizei pikka tschür ich mach mich überhaupt nicht mehr medizin nicht mehr mit dem H 광atius ich will dich ich setzt schon der blitz an rum 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 tada aber auch wenn er nicht mehr da ist bin trotzdem kein Trailer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Der Picasso, der blutet ja wie ein Schwein, Alter. Der hat mehr Blut verloren, als er Masse hat schon. Er ist komplett ausgeblutet. Wollen wir das Picasso ausdrücken wie so ein Pickel? Gut. Böse, böse. Spezi, bleib weg. Das ist Schwinde. Spezi, Spezi ist verdächtig. Spezi ist eine Mate. Musst du dich auf mich draufsetzen? Musst du mich reiten? Äh, das könnte tödlich enden. Spezi? Hilfe? Mate Sama? Nein. Mondmeier? Nein. Ich wusste, das ist Spezi. Ich auch. Aber ich mag Mates. Ich verstehe, ich bin hier zweimal aneinander geworden. Ich verstehe, ich bin hier zweimal aneinander geworden. Ich verstehe, ich bin hier zweimal aneinander geworden. Da schreibt jemand über die Konsole, ein gewisser. MW2 Terminal, okay. Wer schreibt über die Konsole, das ist Chris. Chris heckt sich einfach rein. Ich hab so das Gefühl, wir werden jetzt gleich alle gebannt. Ja, auf Lebenszahl. Aber der Chris kann das nicht mal. Der kriegt ja nicht mal einen Server zum Lauf. Ich will ja damit bannen. Kann man jemanden von einem Server bannen, wenn man nicht raufkommt? Dann willkommen. Ja, kann man.